Musik Das GDA Wohnstift in Neustadt an der Weinstraße. Ein Ort, in dem andere ihren Urlaub verbringen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns hier im GDA Wohnstift Neustadt an der Weinstraße. Mein Name ist Christoph Stöckmann, ich leite dieses Haus. Dieses wunderschöne Haus möchten wir Ihnen in einem Kurzfilm präsentieren. Und wenn Sie Geschmack gefunden haben an diesem Haus und ein Interesse haben, kommen Sie doch gerne vorbei. Sie sind herzlich eingeladen zum Probewohnen. Wir begrüßen Sie hier. Musik Herzlich gehen unsere Mitarbeiter auf ihre individuellen Bedürfnisse ein. Zeit für Gespräche, für ihre Sorgen, für Spaß. Selbstbestimmt leben. Dazu zählt für uns auch das Wohnen in der vertrauten Umgebung mit eigenen Möbeln und liebgewonnenen Erinnerungsstücken. Hier richten Sie sich Ihr Apartment nach Ihren persönlichen Vorstellungen ein. Bei uns wird Ihr neues Zuhause ganz Ihr eigenes Reich sein. Selbst wenn Sie mal krank werden, können Sie bei uns wohlversorgt wohnen. Wir tun hier alles, damit Sie so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen. Musik Lassen Sie sich bei uns verwöhnen. Gehen Sie, wenn Sie wollen, zum Essen oder fürs Frühstück in unser stilvolles Restaurant. Sie können unter vier Mittagsmenüs wählen, auch Schonkostgerichte sind dabei. Bei uns speisen Sie edel à la carte und es gibt jeden Tag wechselnde Menüs. Wenn Sie möchten, können Sie sich Ihr Frühstück oder Abendbrot bequem auf Ihr Zimmer bringen lassen. Musik Wenn es mit dem Alleineessen nicht mehr so gut geht, werden Sie gerne von unseren Mitarbeitern betreut. Musik Genießen Sie Ihr Leben. Wenn Sie wünschen, unternehmen Sie Ausflüge in das nahe Umland. Musik 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 Fast alles, was man mit dem Alleineessen hat, ist es in der Nähe von unseren Mitarbeitern betreut. Fast alles, was man braucht, befindet sich direkt im Wohnstift. Internetcafé und Geschäfte, ein Café, Bücherei, Kiosk, Schwimmbad, Sauna. Musik Dieser hier. Ich wohne jetzt neun Monate hier im Stift und fühle mich hier sehr wohl. Und es ist für mich natürlich keine einfache Umstellung gewesen, umzuziehen als alter Baum. Ich bin 89 Jahre, aber ich habe mich hier ganz schnell eingelebt, dank der guten Pflege und Fürsorge, die mir hier entgegenkommt. Und ich finde, das Haus ist sehr gut eingerichtet. Unten im Bad Terra ist ein Friseursalon, den ich schon besucht habe, der sehr gut ist. Wenn ich Kleinigkeiten brauche, kann ich einkaufen. Und das Café ist sehr wichtig. Da bin ich schon ein paar Mal gewesen und suche da im Café etwas Kontakt und eine Haltung, was ich auch so ein bisschen schon bekommen habe, aber so richtig. Freundschaften habe ich noch nicht geschlossen. Das muss noch wachsen. Musik GDA Wohnstift in Neustadt an der Weinstraße. Wir sind für Sie da. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020